Osterzeit ist natürlich auch Osterhasenzeit. Das möchte ich heute mit euch zusammen machen. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, also wenn ihr noch keine Ideen habt, wie ihr ein Osternest befüllen wollt, dann habe ich hier vielleicht eine echt süße Idee und zwar wir basteln zusammen aus Kaffeefiltern. Ihr habt es richtig gehört. Osterhäschen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gerne in diesem Video. Also ran mit einer gemütlichen Tasse Tee oder Kaffee und los geht's. Als erstes brauchen wir Kaffeefilter. Ich denke mal, entweder habt ihr eine Kaffeemaschine zu Hause, ganz normal, wo ihr mit Kaffeepulver arbeitet. Dann habt ihr mit Sicherheit auch hier solche Kaffeefilter oder aber sie gibt es preiswert überall im Supermarkt zu kaufen unter einem Euro. Ich finde diese Investition lohnt sich auf jeden Fall, weil das macht echt süchtig. Wie wollen wir denn unseren Osterhasen jetzt hier aus diesen Kaffeefiltern herstellen? Eigentlich relativ einfach. Wenn man mal so auf Pinterest schaut, gibt es sehr schöne Anleitungen dazu, wie man sogenannte Wabenbälle herstellt. Die sind eine wunderschöne Dekoration, vor allem gerade aus diesem Papier hier. Ich mag also diesen Naturton und wir brauchen Kaffeefilter. Einmal jeweils acht Stück, damit wir zwei Wabenbälle machen. Nicht in gleicher Größe, sondern einmal in groß. Das wird dann der Körper sein und einmal in klein für den Kopf. Was ist jetzt der erste Schritt? Wir legen mal los und machen uns eine Schablone. Es sei denn, ihr habt einen Zirkel und ihr könnt es so mit einem Zirkel sehr gut machen. Das ist natürlich auch kein Problem. Also wir brauchen einmal eine Vorlage und ich habe mich hier einmal, ihr seht schon, für einen Becher entschieden, weil hier dieser Umfang, Durchmesser passt sehr schön, um daraus einen guten großen Korpus zu gestalten. Und ich habe einmal hier mich für eine Kaffeetasse entschieden, für den Kopf. Dann würde ich euch empfehlen, nehmt ein bisschen stärkeres Papier, damit ihr nachher eine wirklich gute Vorlage habt. Ich bin dann hingegangen, habe einmal ausgemalt, also einmal jeweils die Form aufgemalt mit hier den jeweiligen Bechern und Kasse. Habe das dann ausgeschnitten, einmal in der Hälfte gefaltet. Ihr seht es schon hier. Und dann können wir auch schon mit den Kaffeefiltern loslegen. Ihr nehmt die Kaffeefilter, das ist jetzt erstmal einfach Fleißarbeit und legt im Prinzip jeweils hier, ich zeige es einmal auch direkt, ihr nehmt hier den Kaffeefilter und faltet jeweils einmal, dass die beiden Seiten aufeinander liegen, das Ganze zusammen. Ihr seht es schon, damit hat man im Prinzip einmal den Kaffeefilter genau in der Mitte gehälftet. Dann geht ihr hin, nehmt eure Vorlagen, die wir ja schon vorher schön ausgeschnitten haben und legt sie einmal hier unten an die gefaltete Kante auf, dass das schön bündig ist und einmal dann mit einem Bleistift rumherum malen, dass ihr hier einmal das Muster drauf liegen habt. Das macht ihr achtmal mit dem großen Körper, also mit der großen Vorlage und achtmal bitte mit der kleinen. Wenn ihr das gemacht habt, dann ausschneiden, einmal das Ganze, also sich das hier nehmen und ganz normal hier drumherum das Ganze ausschneiden. Ihr seht, ich mache es jetzt auch einmal mit euch zusammen, dass ihr das seht. Das ist halt einfach nur die Fleißarbeit, weil das müsst ihr jetzt natürlich für alle machen, so dass ihr nachher acht große Stücke hier liegen habt und acht kleine Stücke. Damit wir jetzt uns den Wabenbällen nähern, müssen wir noch jetzt etwas einzeichnen. Ihr könnt es auch mit dem Auge machen, wenn ihr das Gefühl habt, das geht auch so. Ich mache es so einfach jetzt für euch, damit ihr seht, dass das ein bisschen einfacher nachher wird. Ich gehe hin und messe mir jeweils 1,5 Zentimeter hier von dem Rand des jeweiligen Halbkreises ab, mache hier einen Strich, auf der anderen Seite genau das gleiche, 1,5 Zentimeter. Das müssen nicht genau 1,5 Zentimeter sein, weil was habe ich damit vor? Da werden wir nachher den Klebestreifen setzen, denn wir müssen das Ganze ja irgendwie zusammenkleben. Also bevor wir jetzt hier mit der Kleberei anfangen, nehmen wir jeweils hier diese Sachen einmal auseinander, so dass ihr aus acht Stücken nachher 16 große Stücke habt und bei den kleinen natürlich dann entsprechend 16 kleine. Jetzt gehen wir ans Kleben. Jetzt wird es spannend. Wir nehmen uns einmal hier einen Kreis, also ein ausgeschnittenes Stück, ist egal womit ihr jetzt anfangt, ob mit klein oder groß, ich habe mir jetzt mal hier das große genommen und ihr müsst jetzt alle Stücke jeweils in der Hälfte circa mit einmal hier so dem Klebestreifen kleben. Also wenn ihr nicht so etwas habt, ihr könnt natürlich auch einen Brettstift nehmen oder einen ganz normalen Kleber. Es geht nur darum, dass ihr hier ungefähr in der Mitte einmal klebt. Dann geht ihr hin, legt das Ganze aufeinander und das ist nachher auch dann die Form der Wapenkugel. Könnt ihr das so sehen? Schaut mal, hier in der Hälfte habe ich jetzt geklebt. Das hält gut und damit passt das super. So, das macht ihr jetzt mit allen Stücken, also 16 mal mit den großen, 16 mal mit den kleinen. Wenn wir jetzt diese Fleißarbeit erledigt haben, geht es weiter. Wir müssen das Ganze jetzt irgendwie zusammenbringen. Also wir wollen einmal einen großen Ball jetzt zusammenkleben und danach den kleinen Ball oder umgekehrt. Jetzt kommen diese zwei Striche jeweils zum Einsatz. Und zwar geht ihr hin und nehmt wieder euren Kleber in die Hand, weil ihr habt ja jetzt die Markierungen. Klebt einmal hier und einmal hier und setzt dann hier einmal das nächste Stück oben drauf. Achtet darauf, dass ihr hier die Kanten wirklich einigermaßen sauber aufeinander setzt, dass das nicht kreuz und quer auseinander läuft, damit ihr nachher den Ball auch schön auseinander und zusammenkleben könnt. Das macht ihr jetzt mit allen großen Stücken und allen kleinen Stücken. Dann habt ihr nämlich nachher wunderbar einen Stapel zusammengeklebt. Wenn ihr diesen Stapel dann fertig habt, geht es natürlich darum, die Enden jeweils zusammenzubringen. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Ihr geht dann halt auch hin, jeweils einmal hier kleben, einmal da kleben und dann bringt ihr das jeweilige Endstück, also von dem, was ihr da habt, von eurem Päckchen, zu einer Kugel zusammen. Einmal kurz festhalten, damit es nicht auseinander flitscht, weil da ist ja schon so ein bisschen Spannung drauf. Und dann habt ihr eigentlich diese superschöne erste Wabenkugel fertig. Das macht ihr dann natürlich mit der zweiten Kugel genauso. Und damit ist im Prinzip dann schon fast der Körper des Häschen fertig. Wir kleben jetzt also beide Kugeln zusammen. Einmal den Korpus unten, die große Kugel, einmal die kleinere Kugel als Kopf oben drauf. Für das Stummelschwänzchen habe ich mich hier für einen Pompon in Weiß entschieden. Da sind natürlich eurer Fantasie alles freigegeben, was ihr da habt. Ob ihr sagt, ihr nehmt eine Holzkugel, fände ich zum Beispiel auch super schön. Oder aber ihr habt vielleicht auch so aus Wolle so ein Pompon. Sieht mit Sicherheit auch sehr süß aus. Oder aber ihr wollt vielleicht gar nicht sowas haben, macht vielleicht noch aus Papier etwas. Das geht natürlich auch. Wenn wir jetzt noch sagen, wir brauchen Öhrchen, könnt ihr auch hier schauen, was habt ihr noch zu Hause. Ich habe jetzt zum Beispiel hier noch so ganz schönes aus Naturton Wellpapier gehabt. Das wollte ich auch nicht wegwerfen. Daraus schneide ich mir einfach hier passende Öhrchen aus und klebe sie in die Wabenbälle, in diese Wabenbälle hinein. Also einmal in den Kopf hinein. Ein Muster gibt es da jetzt nicht. Das habe ich jetzt freihändig gemacht und das schafft ihr genauso gut. Ich denke, da braucht ihr keine Vorlage von mir von. Wenn dann die Öhrchen geklebt sind, dann könnt ihr noch überlegen, ob ihr Augen haben wollt. Ich habe mich jetzt hier über meinen Häschen dafür entschieden, ihnen keine Augen zu geben. Aber da sind ja die Geschmäcker sehr unterschiedlich. Jeder so, wie er mag. Augen könnt ihr natürlich auch wieder aus der Pappe vielleicht bauen. Oder aber ihr habt noch so Wackelaugen zu Hause. Die könnt ihr natürlich dann auch gerne verwenden. Um den Hasen jetzt ein bisschen zu stabilisieren, nehmen wir also auch nochmal die Pappe und machen entsprechende Füße. Auch hier bin ich hingegangen, habe frei Hand etwas gemalt und einfach unten drunter geklebt. Ihr könnt natürlich auch hingehen und vielleicht einen Kreis nochmal ausschneiden und das Häschen auf einen Kreis setzen. Dann ist es etwas einfacher. Ja, fertig ist eigentlich schon dann der erste Hase. Ich habe jetzt hier einmal ein Muster mitgebracht. Ihr seht es schon. Ich bin echt total verliebt in diese einfache, aber doch wunderschöne Optik, die wir hier haben. Einmal das Häschen hier reingesetzt. Das kann auch nachher rausgenommen werden und irgendwo anders dekoriert werden. Und es ist wirklich sehr stabil. Das mag man gar nicht glauben. Und ja, ich finde solche Deko schnell gemacht und einfach. Das ist immer wieder etwas Besonderes und da freut sich auch jeder drüber. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Häschen für die, die vielleicht sagen, naja, also ich muss nicht unbedingt so etwas im Nest haben, aber vielleicht möchte ich es gerne aufhängen. Habe ich hier auch noch ein Häschen mit Aufhängung gemacht. Da geht ihr einfach hin, wenn ihr hier das Ganze aufeinander geklebt habt hier, dann nehmt ihr die Heißklebepistole, macht richtig viel Heißklebe hier drauf und bringt dann einmal euer Garn, euren Faden an was, was ihr es aufhängen wollt und klebt das einmal hier drauf, so dass quasi die Schlaufe oben draußen ist und die beiden Stücke hier drin. Wenn ihr dann den Wabenwald zumacht, sieht man nachher auch nicht mehr diese beiden geklebten Stücke. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Anregungen geben können für österliche Geschenke. Meine beiden Häschen werden auf jeden Fall morgen ihren Weg finden zu den neuen Besitzern. Ich hoffe, sie freuen sich darüber. Ja, gebt gern einen Daumen rauf für dieses Video, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, nicht vergessen, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Ja, und auf jeden Fall natürlich die Glocke betätigen, damit wir uns auf jeden Fall nächste Woche wiedersehen. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, euch allen ein wunderschönes Osterfest zu wünschen. Lasst es euch wirklich gut gehen mit eurer Familie, genießt die freien Tage und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss zusammen. Und die kleine Bambi. Ja, schau mal. Die ist auch schon fast als kleiner Osterhase durch. Mit deinen großen Pommes-Tütenohren. Ja, du bist ein kleines Häschen, ne? Du bist ein kleines Häschen. Wie kann man nur so süß sein?